Hier präsentieren wir die 5 beste Tauchbrille Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Die Tauchbrille mit Nase ist in ihrem schwarzen Gesicht sehr zeitlos und klassisch konzipiert. Die Profi Tauchmaske ist besonders hochwertig gestaltet. Dennoch bekommen Sie hier eine relativ günstige Tauchbrille, die alles mitbringt. Durch die doppelten Dichtlippen ist die Brille nicht nur extrem dicht und schützt vor eintretendem Wasser. Sie ist auch herrlich. Bequem. Das Sicherheitsglas ist stoß- und kratzfest und sehr langlebig und strapazierfähig. Der Kerker für die Nase ist bequem, passgenau und bestens zugänglich. Durch das geringe Rennenvolumen ist das Sichtfeld maximal groß, was ein tolles Panorama unter Wasser möglich macht. Nummer 4. Bei der Tauchbrille mit Seestärke liegt der Fokus nicht nur auf einer guten Sicht unterhalb der Wasseroberfläche, sondern auch beim Ausgleichen einer vorhandenen Sehschwäche. Kontaktlinsen oder eine Brille werden hier obsolet. Die Gläser der Tauchbrille bringen selbst optische Effekte mit und sorgen für brillante Sicht unter Wasser. Die optischen Linsen sind optional und reichen bei Bedarf von minus 1,0 bis minus 8,0. In Abständen von 0,5 Dioptrien. Beachten Sie beim Kauf, dass man unter Wasser eine um etwa 0,25 bis 0,5 bessere Sicht hat, diese Dioptrien also beim Kauf abziehen muss. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere List Nummer 3. Die Tauchbrille mit Schnorchel ist ein hochwertiges Produkt und darum leider auch ein wenig hochpreisiger. Dafür bringt sie aber auch ein paar funktionale Extras mit, der sie zu einem hervorragenden Begleiter in die Unterwasserwelt machen. Die Tauchermaske ist zu 100% wasserdicht und bringt eine praktische Antifogbeschichtung mit, die stets für klare Sicht sorgt, was unter Wasser unerlässlich ist, um den Ausblick zu genießen. Die Gläser sind gehärtet und kratze wie stoßfest. Die Gummidichtung sitzt komfortabel auf dem Gesicht und dichtet perfekt gegen eindringendes Wasser ab. Nummer 2. Auch die günstige Taubrille mit Schnorchel für Erwachsene hat sich im Test bewährt. Die beste Taubrille ist zwar nicht ganz so günstig, bringt aber viele Pluspunkte mit. Das Set ist mit Brille, Schnorchel und Tasche zum Verstauen ausgestattet. Die Tauchermaske ist für Erwachsene konzipiert, für Kinder ist sie leider nicht brauchbar. Das Brillenmodell ist an einem zeitlosen Schwarz mit transparentem Hartglas. Linsen, die eine Antibeschlagfunktion mitbringen, so dass unter Wasser immer für klare Sicht gesorgt ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Die diesjährige Testsieger ist die Taubrille für Kinder von Chrissy. Die beste Taubrille des Jahres sollten Sie kaufen, wenn Sie einen hochwertigen Unterwasseraugenschutz für kleine Nachwuchstaucher haben möchten. Die 2-Class-Tauchmaske ist mit einem anti-allergischen und vornbeständigen Silikon ummantelt, der dafür sorgt, dass die Brille fest und sicher so viel sehr komfortabel auf den Augen sitzt und kein Wasser eindringt. Die Dichtungen sind besonders weich und sitzen angenehm auf der Haut, dabei drücken Sie nicht unangenehm ein. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.